Nächste Frage, dass jetzt der Arnas Leben anfängt. Das waren wirklich Aktionen. Ich habe ja vergessen, was wir gemeint haben mit Highlights. Jetzt hat sich bei uns ein bisschen was geändert, im privaten, in der finanziellen Situation. Es gängen sich zwei Kisten Bier mehr aus. Wir haben das mal durchgerechnet, das sind zwei Kisten Bier. Wir haben uns jetzt einmal zusammengesetzt und das durchgerechnet. Das gibt es ja nicht. Drogen waren halt auch dabei. Drogen, okay, das war ja. Das habe ich noch so eh nicht geschoben. Biodegradable Water Balloons. Naja, die halten noch nicht so lange. Also wo es was reinigt, du hast lösst, das ist ja. 2022, weil das ist dann das Jahr dran. Wir schreiben dann schon das Jahr 2022. Keine Arme. Gut. Gut. Das ist gut.